Die ganze Welt spielt gerade Marvel Snap, Thomas und ich sind auch süchtig und als Brett- und Kartenspieler kennen wir da einige Spiele, die ein ähnliches Spielgefühl auf den Tisch zaubern. Deswegen haben wir sieben Spiele für dich mitgebracht, die dich absolut abholen, wenn du Marvel Snap spielst. Ab geht's. Oh Snap! Marvel Snap ist das neueste digitale Kartenspiel von dem Erfinder von Hearthstone. Jeder Spieler baut sich aus nur zwölf Karten ein Deck und versucht dann über fünf Runden die meiste Stärke an zwei von drei Orten zu sichern. Jede Partie ist super schnell gespielt und total abwechslungsreich. Richtig spannend ist die Vielzahl an Deck-Kombinationen und das Entdecken neuer Karten und Möglichkeiten. Eine ganz besondere Mechanik ist hierbei das Snap. Da kann ein Spieler jederzeit im Spiel seinen Einsatz einmalig verdoppeln und so um mehr Punkte zocken oder auch einfach mal taktisch blöffen. Und wenn es mal nicht so richtig läuft, kann man sich auch frühzeitig aus einem Match zurückziehen und so Verluste minimieren. Das erste Spiel, was wir euch empfehlen können, ist Smash Up. Das hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber ist immer noch richtig gut. Und ein Kartenspiel, bei dem jeder eine Fraktion spielt. Wir haben allerdings nicht zwölf Karten wie bei Marvel's Snaps, sondern wir haben 40 Karten. Und das Coole ist aber schon, das Ganze ist aus zwei verschiedenen Fraktionen zusammen gesmashed. Und da gibt es halt mit Erweiterungsboxen zig verschiedene Cowboys, Dinosaurier, wilde Teddybären, Kätzchen, Außerirdische, was man sich nur vorstellen kann. Und die smasht man zwei Stück zusammen, kann die auch eventuell draften am Anfang. Und dann hat man ein Deck und man versucht, wie ein Marvel's Snap, bestimmte Stärke mit seinen Kreaturen an verschiedenen Orten zu gewinnen. Also wenn wir zu zweit spielen, haben wir auch tatsächlich drei Orte. Man kann es aber auch zu dritt und zu viert spielen. Und es ist nicht so, dass wir dann quasi eine bestimmte Anzahl an Runden spielen wie Marvel's Snap. Und dann gucken wir, wer hat die meiste Stärke an den meisten Orten. Sondern immer dann, wenn ein bestimmter Schwellenwert erreicht ist an einem Ort, zum Beispiel 23, eine Gesamtstärke, dann wird der gewertet. Und der, der am meisten Stärke hat, bekommt halt am meisten Punkte und dann kommt ein neuer Ort. Und sobald jemand 15 Punkte hat, hat er das Spiel gewonnen oder löst zumindest das Spielende aus. Also es sind sehr, sehr viele Dinge, die auch wirklich an Marvel's Snap erinnern, die auch ein ähnliches Spielgefühl machen. Also die Karten, die ich spiele, haben bestimmte Effekte beim Aufdecken oder Ongoing-Effekte. Die einzelnen Orte haben verschiedene Effekte. Und das Geile ist eben, bei den zahlreichen Erweiterungen, gibt es glaube ich schon 100 Fraktionen oder so, gibt es auch eine Marvel-Erweiterung. Da sind auch acht verschiedene Fraktionen drin. Da kann ich dann die Agents of S.H.I.E.L.D. spielen oder die Avengers. Und da hast du wirklich fast eins zu eins Marvel's Snap auf dem Tisch. Vielleicht noch eine Anmerkung, eher Land and Sea. Ist doch ein ähnliches Spielprinzip, aber im zweiten Weltkrieg-Setting, oder? Da muss man auch an drei Orten, müssen wir die meiste Stärke bekommen. Und hier haben wir keinen Deckbau drin. Haben wir bei Smash Up so ein bisschen Deckbau drin? Nee. Also der Vor- und der Nachteil tatsächlich ist, du bekommst deine Decks vorgefertigt. 20 Karten pro Fraktion, misch die zusammen, hast 40 Karten. Und dann entdeckst du sozusagen beim Spielen, was deine Karten so können. Außer du machst halt mehrmals häufig die gleiche Kombination an Fraktionen. Aber du hast nicht dieses klassische Deckbauelement drin. Okay, ich bin einer, der liebt sowas, aber ich kann auch super viele Leute verstehen, die sagen, boah, nee, das ist mir zu viel getüftelt, ich will einfach losspielen. Und da ist auch mein nächster Tipp für geeignet. Redlands. Hat auf jeden Fall auch ein super cooles Artwork. Ist ein schnelles 1-on-1-Spiel. Und wir ziehen gemeinsam von einem Deck. Also jeder zieht immer vom Deck. Wir haben auch immer abwechselnd Runden. Und wir haben drei Orte. Das Coole ist erstmal, diese drei Orte haben auch Fähigkeiten, die wir uns selber aussuchen. Also jeder hat einen eigenen drei Camps, die er versucht zu beschützen. Wir sind in einer postapokalyptischen Welt, so ein bisschen, ja, Mad Max mäßig. Und am Anfang kommen wir aus einer Kartenhand mehrere Orte vorgeschlagen und suchen uns jetzt erstmal so drei raus, die so eine gewisse Basisstrategie oder Grundengine vorgeben. Und wir versuchen jetzt auch, diese drei Orte zu bestützen mit Karten. Und hier ist auch immer Karte ziehen, Effekt ausspielen, ausspielen, Karten spielen, aktivieren, Karten abschmeißen, um den Effekt zu bekommen, den man dort einmal generieren kann. Also coole Varianz von taktischer Tiefe und schnell gespieltes One-on-One. Ist auch für Leute, die sagen, ja, kein Deckbau, muss nicht sein. Einfach drauf los. Trotzdem auch super leichte Regeln, so wie wir es bei Marvel Snap haben. Das heißt, das ist etwas, so eine kleine Perle, die in einer kleinen Box kommt und super schick aussieht. Die nächste Spieleempfehlung nennt sich Marvel Remix. Und das ist tatsächlich ein Remix, nämlich eines anderen bekannten Kartenspiels, nämlich Fantastische Reiche. Und in dem Spiel startet jeder mit sieben Handkarten. Wir haben einen Villain auf der Hand und wir haben sechs andere Karten. Da gibt es Heroes und Allies und verschiedene Locations und bestimmte Equipment-Sachen. Und diese Kartenhand macht schon einen gewissen Wert an Siegpunkten, weil die Karten sich voneinander beziehen. Zum Beispiel, wenn du einen bestimmten Hero im Deck hast, sagt er, für jeden Villain, den du auch in deiner Kartenhand hast, bekommst du drei Punkte extra. Und so hast du schon einen bestimmten Wert an Siegpunkten und du versuchst aber deine Hand jetzt im Laufe des Spiels über mehrere Runden immer zu optimieren. Du ziehst eine Karte, entweder vom Hero-Deck oder vom Remix-Deck oder dann entsprechend vom Villain-Deck. Und sobald quasi du dann eine dazugenommen hast, nimmst du eine andere Karte aus der Hand und legst sie wieder ab in die Tischmitte in den gemeinen Ablagebereich. So hast du wieder sieben Karten auf der Hand. Und sobald da Karten liegen, können die anderen auch aus diesem offenen Bereich sich Karten auf die Hand nehmen. Und das Ganze geht so lange, bis irgendwann die zehnte Karte in diesem Ablagebereich gespielt ist. Und dann decken alle ihre Hände auf und werten ihre Hände. Also es geht im Endeffekt nur darum, dass ich versuche, diese ganzen Kombinationen, die jede Karte bietet und diese Effekte, so gut miteinander zu verschachteln, dass ich das Maximum raushole. Und das trifft gerade bei dem Marvel-Remix, also bei der Marvel-Version, wirklich das Thema perfekt. Also da kann man zum Beispiel auch bestimmte Karten haben wie Bruce Banner. Und wenn ich dann bestimmte Sachen in meiner Hand erfüllt habe, dann kann ich die Karte umdrehen und dann wird die zu Hulk und ist dann stärker und gibt mir mehr Punkte. Und so kann ich auch Peter Parker Spider-Man machen und wenn das Ganze wieder wegfällt, dann wird er wieder zu Peter Parker. Und da kommt dieses Marvel-Thema wirklich richtig gut rüber. Es hat jetzt keinen Deckbau und nichts, aber das Coole ist wirklich, das ist eine kleine Schachtel. Es ist sofort aufgebaut, es ist super schnell erklärt und dadurch, dass es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, wie du die Karten miteinander kombinierst, kannst du das wirklich 20, 30 Mal spielen und hast irgendwie immer ein neues Spielgefühl, weil du immer neue Karten siehst und miteinander kombinieren kannst. Also ein richtig gutes Ding, auch so für unterwegs. Wer jetzt aber mal Bock hat auf ein bisschen Deckbau, für den ist das nächste Spiel was. Aber es ist auch nicht so ein kompliziertes Getüfte, denn der Einstieg ist super seicht. In Challengers spielen wir ein kleines Turnier und haben immer eine Phase, wo wir uns ein kleines Deck ein bisschen optimieren. Dann haben wir eine Phase, wo wir gegen jemanden 1 und 1 spielen und das ist ein Autobattler. Das heißt, man deckt sein Deck einfach auf und guckt, hat man möglichst coole Sachen zusammengestellt. Es sind da gute Synergien in dem Deck drin. Und ja, man kriegt halt Punkte, je nachdem, wer gewinnt und geht dann wieder in diese Deckoptimierungsphase und spielt dann in der nächsten Runde gegen den nächsten. Das macht man sieben Mal, bis man schlussendlich zwei herausgefunden hat, die meisten Punkte haben und die spielen dann ein großes Finale gegeneinander. Also hier schnell gespieltes 1 und 1, super leichter Einstieg, ein bisschen Deckbau mit drin und hat so ein ähnliches Feeling wie Marvel Snap vor allem, weil es halt so einen ganz kleinen Deckbauanteil hat. Also früher die ganzen Kartenspiele, die hatten ja so 40 Karten und dann hat es da irgendwie zig verschiedene Karten drin. Marvel Snap nur zehn Karten und in Challengers hast du auch nur recht kleine Decks. Ja, finde ich ein super gelungenes, kleines, pfiffiges, so Partyspiel, sage ich mal, für Gamer. Ja, und ich habe Gerüchte übrigens gehört, es sollen ja viele verschiedene Spielmodi bei Marvel Snap eingeführt werden. Unter anderem ja, dass wir jetzt bald auch gegeneinander spielen können und Turniere machen können. Und es ist tatsächlich so die Überlegung, ob man nicht so eine Art Autobattler-Modus auch macht, dass du dir ein Deck vorher zusammenstellst und einfach dann guckst, was passiert. So wie wenn du Agatha Harkness spielst und dann einfach schaust, was die mit deinem Deck irgendwie anstellt. Also die Möglichkeiten sind ja unbegrenzt. Ich möchte jetzt gerne irgendwie noch Mindbug vorstellen. Das ist auch ein sehr, sehr kleines und sehr schnell gespieltes Spiel mit einem ganz, ganz coolen Kniff. Da hat man eine Schachtel mit ganz, ganz vielen Karten und das Spiel beginnt dadurch, dass jeder zehn Karten auf die Hand bekommt. Also er in sein Deck bekommt, zufällig zugelost, nimmt fünf auf die Hand und dann geht's los. Dann battlen wir uns. Da sind verschiedene Kreaturen drauf, die haben unterschiedliche Stärke und verschiedene Fähigkeiten. Und wenn ich dran bin, lege ich entweder eine Kase in meinen Spielbereich oder ich nehme eine Kase aus meinem Spielbereich und greife damit jemanden an. Und der andere kann dann verteidigen und dann gewinnt halt der Stärkere. Und wenn der nicht verteidigen kann, dann verliert der Gegner einen Lebenspunkt. Wenn man drei Lebenspunkte verloren hat, dann ist die Sache vorbei. Also super einfach erklärt, sehr schnell gespielt. Also in der Viertelstunde ist man durch. Und jetzt wird der eine oder andere sagen, Moment mal, wenn das per Zufall irgendwie ausgeteilt wird, dann hat der eine ja das Mega-Deck und der andere hat irgendwie so ein Billow-Deck. Wie soll das irgendwie funktionieren? Und da kommt jetzt dieser Clou, warum das Spiel Mindbug heißt. Denn jeder hat zwei Mindbugs. Und wenn einer eine Karte ausspielt, dann kann ich meinen Mindbug einsetzen und sagen, nee, nee, Moment mal. Diese Karte hier, die ist so cool, die will ich haben. Und dann ist sie einfach in meinem Spielbereich. Und das kann jeder zweimal machen. Dadurch ist einmal dieser Ausgleich irgendwie durch den Zufall gegeben. Und es gibt ein super interessantes taktisches Element. Wann spiele ich meine Mindbugs? Zu früh ist vielleicht schlecht. Wenn ich die am Ende alle übrig habe, ist auch schlecht. Dann hat der andere schon fast gewonnen. Also das mit einzukalkulieren ist super cool. Und dadurch, dass da so viele verschiedene Karten drin sind, spielst du auch wirklich jedes Mal mit einem komplett neu zusammengewürfelten Deck und musst dich da drauf einstellen. Also das ist wirklich ein Ding. Wenn wir das rausholen, dann spielen wir da nie eine Partie, sondern immer zwei, drei, vier hintereinander. Und das macht mega Laune. Das nächste Spiel kann ich jemandem empfehlen, der richtig Bock hat auf das Marvel-Thema, dem Deckbau sehr wichtig ist. Also eher, ja, ein richtig tüfteligen Deckbau. Und vielleicht auch Lust hat, etwas Kooperatives zu spielen. Für den ist Marvel Champions genau das Richtige. Das Thema super getroffen, vor allem richtig breit. Also in der ganzen Marvel-Welt völlig austoben. Jeder sucht sich einen Helden raus, stellt mit ihm ein Deck zusammen und wir kämpfen gegen die Schurken im Marvel-Universum. Wir können uns da immer einen raussuchen und dann versuchen wir, den zu besiegen, kooperativ. Also auch der Mix an Helden. Da kannst du Iron Man mit Spider-Man spielen oder jegliche Kombinationen gibt es da. Es gibt auch Szenario-Packs, wo ihr bestimmte kleine Geschichten erlebt. Es ist wirklich ein richtig gutes, kooperatives Spiel. Wenn ihr jetzt nicht Bock habt, konfrontativ mal ein 1 und 1 zu spielen, aber euch halt Deckbau mega wichtig ist und das Marvel-Thema richtig ausleben wollt, dann ist das genau das Richtige für euch. Und das Schöne bei Marvel Champions ist auch, dass es mittlerweile so viele verschiedene Erweiterungen gibt. Also man kann die unterschiedlichsten Helden und Bösewächter und Szenarien da mit reinbauen. Aber es ist halt nicht Pflicht, dass du dir alles kaufst, sondern du kannst halt ganz gezielt sagen, okay, das interessiert mich. Den Helden wollte ich immer schon mal haben und den nimmst du dir halt dann mit dazu. Also wahnsinnig viele Abwechslungen drin. So, jeder kennt wahrscheinlich Kniffe. Wer das aber richtig cool haben will, für den ist Dithrone vielleicht das Richtige. Ist auch ein konfrontatives 1-on-1 und das gibt es jetzt auch als Marvel-Thema. Also das ist wirklich ein wahnsinnig opulentes Spiel. Da bekommt jeder seinen eigenen Helden. Mittlerweile gibt es die eben auch im Marvel-Universum. Da machst du dann deinen Tray erstmal auf und hast eigene Karten, ein cooles eigenes Playerboard mit Spezialfähigkeiten, eigene Würfel mit deinen Symbolen. Und im Endeffekt geht es darum, dass man entweder 1-on-1 oder man kann es auch mit mehreren Leuten spielen, versucht, alle anderen auszuschalten. Also jeder hat 50 Lebenspunkte und ich versuche irgendwie mich so aufzustellen, dass ich die anderen angreifen kann und die halt auf 0 runterprügeln kann. Und wer am Ende halt übrig bleibt, der gewinnt. Ich spiele es halt am liebsten irgendwie auch mit einem Kontrahenten, also quasi als zwei Personenspiel. Und das Schöne ist eben, dass wir da verschiedene Karten ausspielen können, die Effekte machen. Wir würfeln dann eben immer nach diesem Prinzip, wie du schon gesagt hast, Kniffel. Also wir können dann einmal würfeln und dann noch zweimal nachwürfeln und mit dem Ergebnis machen wir dann was. Das weisen wir verschiedenen Aktionen zu, können dann eben angreifen mit den unterschiedlichsten coolen Fähigkeiten. Und der andere kann auch dementsprechend verteidigen. Und wir können mit anderen Karten auch diese Fähigkeiten aufpimpen, also immer besser machen im Laufe des Spiels. Und das Geile ist eben, mittlerweile gibt es acht Marvel-Charaktere, von Black Panther über Thor bis hin zu Loki und Scarlet Witch. Und die spielen sich halt wirklich auch so, wie man sich das vorstellt. Also das ist thematisch perfekt getroffen. Also Thor hat dann seinen Hammer am Start und den wirft er abwechselnd und haut jemand auf die Birne. Und wenn er ihn wieder zurückzieht, dann lädt er sich mit Energie wieder auf. Loki macht total coole Mindgames. Wenn der angegriffen wird, dann legt er so drei Karten aus und sagt so, also ich finde, du solltest diese Karte hier nehmen. Und bei einer Karte kriegt er halt gar keinen Schaden, bei einer nur die Hälfte und bei der anderen vollen Schaden. Und da gibt es halt die totalen Mindgames. Wo legt er die Karten hin und was hat er jetzt gerade wieder im Schilde? Also das ist wirklich, wenn man Marvel mag und wenn man diese Charaktere irgendwie cool findet, dann ist es einfach ein super Ding. Und einfach auch wahnsinnig opulent präsentiert. Und dadurch, dass es da so viele Charaktere gibt, eben auch nicht aus dem Marvel-Universum, kann man die auf die unterschiedlichsten Arten kombinieren. Also das ist wirklich ein super Ding. Vielleicht ein wichtiger Hinweis, das gibt es bis jetzt gerade nur noch auf Englisch. Oder nur auf Englisch und soll aber noch auf Deutsch kommen. Das waren jetzt unsere sieben Empfehlungen, wo wir sagen, das spricht auf jeden Fall Marvel's Net Leute an. Wenn du jetzt noch Spiele im Sinn hast, hau die gerne in die Kommentare. Und ansonsten, wenn du dich jetzt fragst, boah, was gibt es denn für coole Spiele? Hab ich ja gar nicht gedacht, die man auf den Tisch zaubern kann. Wir haben noch einige Empfehlungen mehr hier auf der Seite. Viel Spaß. Ciao. Wir sind Betterboard Games. Wir sind Betterboard Games.